so und damit ganz herzlich willkommen hier zu diesem weiteren projekt wir sind hier bei minecraft ultra hardcore bei der ersten aufnahme dabei sind jonas und paddy die sich gerade ein abknutschen wir schlagen uns natürlich nicht gegenseitig weil wir nur durch goldene äpfel oder durch heiltränke aber davor müssten wir in den neto und alles und wir sind eigentlich glaube ich ist worden und hier im bauern Dorf das ist eigentlich die bauernkampf traurig auf mich einfach nie das ist nicht zu übertreffen würde ich einfach mal sagen und wenn man scharfe alter ich mache ich würde ich einfach mal sagen dass sie gut sein dass ich hier erstmal alles abfahren macht das ich um Holz aber wieder anpflanzen weil falls ihr wundert ich habe mich mit sich legt dass ich einfach mal alles sie also ich bin ich kann euch nicht sagen ohne anklaring fehlern der tank-loading aber extrem zankt und ich weiß nicht woran es liegt war vielleicht hat weil ich schon mal ein 7 gestartet habe oder irgendwie so was ich kann es wirklich nicht sagen etting bot vor allem um es liegt auch nicht daran dass sich jetzt ein schädter drin hat sondern und dann daran dass es kann sein dass es ein ein 7 ich kann es nicht sagen so wieso da gehen die Bäume schnell abzucht und er ach komm das ist doch Minecraft ah ja also aber nicht aber viel leicht Minecraft oft ja okay vielleicht bei der nächsten mal den Timbo-Mod drauf als der der Fertigste wir hatten nämlich so bei der letzten Siegten bei der sießen Himmel denn eigentlich drauf aber er geht nicht bei euch läuft ja bei uns läuft das kommt immer holz ich hab holz er geht mal holz wir müssen ich muss hier noch er wusste noch darfst du ich brauchst du weiß ich nicht auch immer die hälfte geht sie raus die aus die auszeigen die bisherige damit was seid ihr nur die es bei dem bücherregal haus ja toll ja hier er ist ein paar ja hier wir haben hier nicht mehr hohe und hier ab und anrufen mit die so und die betreten da ich brauchte stein für steinschwerter und eben immer holz da hinten ist holz und wenn sie auch nicht sprinten am besten oder machen wir mal kurz eine holzakt ja willst du nicht sprinten weil dann verlierst du ja Hunger mach ich gleich mal eine Steinachs du was gibt's essen ja wo hier wo haben wir ach so alle der Junge hat jemand Steine äh ich hab ich hab gleich ab ah also wir brauchen uns jetzt extrem vorsichtig ist das mal drei Touren die johanns warte warte und extrem warte ich bastle gleich äh du hast du das Ding vor mir gehen Stein äh Holz ach komm ich hab keine Sticks ja eigentlich müssen auch die Blätter jemand kaputt machen vielleicht spawn da ja Äpfel und vor allem er hat man trocken ach zu mir Prozent warte ach mach mal die Betriebs ich halte morgen ich hole mir das heißen doch das macht das Jolie darauf damit wir nachzusprechen wem nachzusprechen mehr die da wird und ich bin ich bin ich bin ich das was das würde ich nicht das durchstehen und ich nicht doch wie wollte es machen wollen wir bei dem blau und durch weil bleiben in blau und auf er hat blau und durch na klar wenn wir morgen gehen in der wir sind relativ wurscht ob sie dann wieder in ein Haus einziehen in einem Anfang überlegt aber das sind jetzt halt zu wenig das mir halt zwei Teams machen und bei ihm will irgendwie dass sie den Gegnern dann kämpfen ja wie die bei die harte 6 an der Pockshop media Prozent die Bauer und die wohl gemacht haben und man muss so nicht immer ich habe man kann die haben sich dass man sozusagen sondern sozusagen auch wenn es ist da irgendjemandem gilt hat der hat gewonnen nicht so scheiße weil ich habe immer extra noch nachher auf der offiziellen Seite da stand extra das Ziel von Ultra Hardcore ist den Endeffekt Jürgen erkennt man ja im Höhle ob man das dann im Team macht oder nicht im Team weißt du dich halt Leu warum hab ich ein Herz schon abgezogen mit Fallschaden oh äh hast du Eisen Jonas ja ich hab ja tu mal mach mal mach mal hast du Stein auch ne nicht viel also das sieht man wissen die überhaupt nicht erfahren bei Ultra Hardcore äh ja dann brauchen wir schnell Stand für Ofen dann kannst du mich schnell Eisen braten und dann brauch ich seh gar nix und warte ich brauch schnell ab ach so gut an deinem Bildschirm ja die oben ist auch Kohle falls du da brauchst ja aber die Schimpfung äh Protection Dingens da ach die kann ich gar nicht abbauen ach so er braucht eine OP-Rechte er kann ja nicht abbauen nein der macht er zieht bloß nein der schau Eisen drin oh ok ok juhu man badiert keine OP wirklich hab ich OP scheiße woher weißt das stimmt warte mal oder doch hab ich eigentlich nein probier mal flash time ne hab ich doch nicht ja eben nein ist gut nacht oh oh ach ich kann ja auch nicht abbauen oh je ich kann ja auch nicht abbauen ja brauchschau nicht doch wegen Koordin in der Nacht gehen wir mal in so'n Haus oder doch ich seh nix was wird das keine Ahnung ich seh nix weil hier alles durchsichtig ist was ich hab hier so'n scheiß Bug ach so was wird das ich seh hier alles ich seh hier die ganzen Höhlen das Haus was lachst du da zu blöd ich seh nix ich steh hier ich steh hier auf nix alter oh komm jetzt gehen wir mal in die OP richtig ja nicht mehr bauen oh juhu oh juhu jetzt wirds echt bisschen dunkel ja ja das hier äh ich will noch bauen äh 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 warte 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 ja Jonas Baumann bisschen Stein so nö äh kannst du mal äh Eisen rein tun in den Ofen ja gut hab im Haus reingstellt ach man so so glaube ich werde zu richtig sterben also ich werde auf jeden Fall zu versuchen bis zur nächsten Aufnahme das mit diesen mit diesen Dingen da wegzukriegen glaube ich weiß haben wir schon das mit dem Bug dass ich da immer durchsehe so da probier mal weil das nervt was für ein Optifinein hast du drin es gibt bloß 1 es ist es gibt mehrere ne nicht bei dem Crafting Terminal soja stimmt auch das ist alles leicht du oh Leute die Karte gibt ja noch viel mehr ja ach nee und Ofen äh Kartoffengas in Ofen tun du ja ich weiß aber wir haben bloß ein da ist gerade Eisen drin warte oh Gott machen wir stehst du denn oh scheiße ich kann noch einen zweiten machen so weil du ein Stein weggebunden hast ja Karte 7 oder 8 so wir haben ein Bett wow hast du noch eine Wolle ja ja warte wir haben gleich zwei hier einmal und hier einmal nimm mal ich hab keine Wolle ich dachte wir hast noch zwei nee eine jetzt egal dann hol ich schnell Wolle mach ich hab ich grad ne Schere gemacht sehr gut aber verrückt nicht da draußen Jungs ich versuch's oh Gott ja vielleicht oh Creeper hallo das machen wir das machen wir